Wir verstehen uns supergut. Ich bin vertraut, zärtlich. Keiner bemügt oder betrügt den anderen. Es ist nur nicht mehr... Wie früher? Ja. Wir streiten ja nicht mal mehr. Ja. Wenn man eigentlich so hört, hat man ja fast selber Lust, sich zu trennen. Ich soll die Leitung übernehmen? Auf Malta? Wir waren uns doch einig. Ich gehe nach Haiti, die Trennung im Guten. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich verzichte doch nicht auf die Chance meines Lebens, damit du rumvögeln kannst? Dann lassen wir die Kinder entscheiden. Aber wir müssen das ganz verantwortungsvoll angehen. Und wir versuchen nicht, sie irgendwie zu beeinflussen. Sie sollen völlig frei entscheiden. Deal. Hey Kids, ich bin der Marc, Emmas Papi. Und das hier, das ist der Tobias, Emmas Lieblingspuppelchen. Don't be! Chatschen nie! Noch ein Mas! Hau den Chinesen weg! Kinder brauchen Grenzen. Findest du? Lass ihn ausreden! Ich sehe, du bist auf dem richtigen Weg. Willkommen zu Hause! Hallo! Willkommen im Zauberschloss! Ich wünsche mir normale Eltern. How? Das hat wohl nicht geklappt. Ich bin ausreden. Wir sind so viel. Wie mehr als wir haben. Wir sind so fast! Jedes Top ist übrigens von mir. Ich finde, da kommen Emmas Brüste richtig toll zur Geltung. Vor einem Jahr war Emma noch flach wie Holland. Mama! Wir sind so viel, so viele Frauen. Ich hasse dich. Ich dich auch. Wir sind so viel, so viel, so viele Frauen. Vielen Dank.